Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, J.C. Kube Damen Bluse Tops Oberteil Minikleid Rundhalslosen T-Shirt Sommer Strandkleid Ich habe mir dieses Strandkleid für den Urlaub bestellt. Die Qualität und Verarbeitung ist sehr gut. Auch sind die Nähte sehr sauber und ordentlich vernäht. Das Material besteht aus 97% Baumwolle, 3% Elastan. Es hat einen Rundhalsausschnitt und Rollermüll. Perfekt für den Strand oder auch für die Freizeit geeignet. Ich habe dieses Oberteil bei 30 Grad gewaschen und danach in den Trockner getan. Es hat sich nicht verändert. Ich bin sehr zu viel in damit. Auch konnte ich keine Mängel oder Chemiegeruch feststellen. Der Preis ist auch top. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.